Der Spätsommer ist da. Eine wunderbare Zeit. Ist es jetzt noch Sommer oder schon Herbst? Muss ich die Sandalen oder doch die dicken Socken rausholen? Ein himmlisches Durcheinander. In unserem Glaubensleben und in den Gemeinden kennen wir solche Übergangszeiten. Da gibt es Momente, in denen wir uns fragen, bin ich noch voller Elan und Freude wie im Sommer meines Glaubens oder schon in einem spirituellen Herbstblues. Es sind Zeiten, in denen wir uns vielleicht nicht ganz sicher sind, wo wir gerade stehen. Aber Gott ist da, auch in diesen unklaren Momenten. Er ist nicht irritiert, wenn wir zwischen Sonnencreme und Wollpullover schwanken. Wie die letzten warmen Sonnenstrahlen im Spätsommer uns unerwartet erfreuen, so überrascht uns Gottes Liebe immer wieder, auch in Zeiten des Wandels. Er ist da, egal ob wir in Flipflops oder mit Schirm unterwegs sind. Denn bei Gott gilt, jeder Tag hat seinen Segen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag mit T-Shirt oder Wollschal.